UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Steh dich mal locker hin. Mama, ich möchte einen Hund haben. Was? Nein. Dein Hund ist die Geige. Jonas, komm doch mal her. Willst du Alexander nicht mal begleiten? Jonas, konzentrier dich bitte. Komm, noch mal. Ich spiel nicht mehr. Bitte nimm die Geige und spiel weiter. Ich lass mich in Ruhe! Ich spiel nicht mehr! Anna! Anna, fass dich auf. Du wirst dich nicht wissen, was du machst, Jonas. Ich arbeite nicht sehr. Du bist spät dran. Ich hab den Bus verpasst. Im Konzert wartet auch niemand auf dich. Noch mal. Nein. 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 Sie finden, dass er zu wenig übt? Es sind mittlerweile wirklich vier Stunden am Tag. Ein bisschen schneller. Dach, 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 dach. Du verschleifst die Töne. Der Violon, Anna, ist nur eine kleine Partie. Ich denke, beim Spielen die ganze Zeit, ich schaffe es. Irgendwann am Arm. Ein bisschen schneller. Weiter. Lass lockern. Lupk, evtl. Mom, du. Vur compost wie eine G песchung. Wir wollen die Gäste mehr.